ja willkommen mein name ist an die rolle b und ich begrüße euch zurück zuletzt bei star wars battlefront 2 ja elf umgeöffnete kisten zu bedeuten ja wir haben den 21 märz und als frühlings update wurde jetzt hier reingeballert in dem spiel und ja folgendermaßen wo ich dann an die auflevelung von charakteren wird komplett bearbeitet man kann jetzt jeden charakter so wie ich damit bekommen habe einzelne leveln ja hier sieht man schon und ja was das bedeutet ist den körper den spiel der wird auch hochgelevelt und dann kriege ich einen fähigkeitspunkt und wenn ich den fähigkeitspunkt habe dann kann ich den benutzen um sachen hier hoch zu ballern und ja das war sehr komisch aber komisch ist ist hier ja warum sieht lehrt so aus und soll vielleicht brennt herausforderungen ja heute war ich ja normal ist irgendwie die einzige sich verändert habt meine ich und keine ahnung irgendwie kann ich jetzt mehrere sachen ausrüsten weil die sind jetzt nicht mehr so mit dem level abhängig ich habe jetzt hier hatte ich zum beispiel alle drei gehabt das heißt ich war nicht da für mich zwei slots zur verfügung aber jetzt habe ich mit allem und jeden hier direkt drei slots verfügbar also ich kann sofort als ausrüsten und so für mich als noch anfänger dieses spiels eigentlich eigentlich richtig gut ist und ja das spiel gestartet habe waren erst mal so 20 sachen die aufgekloppt sind sie haben wir glaube ich alle sachen die ich gehabt habe schon mal gegeben möchte ich noch mal von vorn anfangen muss und so und und ja da habe ich das spiel nochmal geschlossen bin vor dieser aufnahme also paar minuten vorher habe ich dann wieder gestartet und jetzt habe ich wieder hier umgeöffnete kisten und ja jetzt sie dann du im ort ich trage nun die verantwortung ich muss mir jetzt alles reinziehen was trägt jetzt versachen kann man jetzt kein mal verstanden hat er gesagt da waren wir jetzt die ganzen sachen bekommen keine ahnung aber grad zeugs warum nicht meine frage ist jetzt ich weiß bald kommt noch ein update ich glaube im april man irgendwie mehr so charakterisierungen machen kann im spiel und ja was ich mich aber jetzt in diesem moment frage ist wofür kann man jetzt credits oder herstellungsteilung alles ausgeben warum tue ich jetzt für alle bilden die dinger freischalten wissen wir nicht wie man jetzt sonst freischalten soll und deswegen geben die einen jetzt die sachen gratis oder wie ich weiß nicht aber egal ich glaube ich krieg noch immer tägliche kisten stand da war irgendwie der ablaufzeit hier so noch 14 stunden oder so und ja aber ich glaube die werden auch wegen der abgeschafft also eigentlich irgendwie sagt jetzt noch alles ein bisschen unfertig kann das sein sagt gegrüßt haben wir gehen wir jetzt hier credits für am april damit ich halt mehr kaufen kann charakterisierung und was weiß ich mich gar nicht wissen wie teuer ist es wenn die mir jetzt so viele sachen geben aber gut hatten wir die ganzen sachen ab 7.000 credits und jetzt hat mal was da drin ist geld wahrscheinlich nur noch für sind kräfte zahne doch ich habe das jetzt nicht normales ab hier wir spielen jetzt wir haben zeitlich begrenzt sachen neu anfang zehn gegen ein gefecht besiegt dann ist es doch relativ passend neuer anfangen credits thema e-mails aktivieren das fand ich ein bisschen witzig wie nur gucken wie man das noch mal auf pc macht okay die wollen natürlich gefechte machen kein dinge da schon zwar überwiegend in den letzten parts gemacht arz als den gegner besiegt hat wieder wohl noch in diesem part jedenfalls machbar sein kommt schon die ganzen helden klassen die ich jetzt habe die sind natürlich jetzt ein bisschen stärker weil ich jetzt mehr sachen auslösen kann wenn ich so drei karten hatte aber ja achte meine güte wen war ich nun jetzt noch mal hoch level also meint ich tue ja noch immer hier die meinen steile und zwar ist ja ich muss ja noch die ganzen waffen und zu freischalten f2 das sollte ich so bescheiden die f2 und f3 das ist ja deine füße warum trefft du dich von internet verbindung wieder und treffe ich dir nicht hallo weiß hat ein ruide oder irgendwie sowas muss uns den gegnern gefechter leben jetzt ist schon mal gut sind wir jetzt nicht so unmöglich hinter mir hinter mir jetzt form ja weil ich natürlich unbedingt bin ja so wie du mal machen freischalten meilenstein ok also daran hat jetzt nichts geändert ich muss so oder so mit verschiedenen klassen jetzt hier noch gegner töten so wie ich das sehe hatten die jetzt das level system von battlefield irgendwie übernommen der gleichen macher und da hatte auch jede klasse eigenen level balken erfahrungsbalken nachdem man irgendwie rein nachdem man die klasse wenn man die klasse ein paar mal gespielt hat oder richtig schlecht gewesen sein so wie das war aber für mich irgendwie also nicht fand er jetzt nicht so schlimm ich meine ich habe nur weil sie nicht einmal in der woche dieses spiel mal gespielt paar stunden ich bin aber 13 natürlich ist jetzt nicht so unglaublich niedrig war ganz schön lange gelaufen mit dem schrotgebäuhr mich zu töten also wenn ich jetzt irgendwie jeden tag hier ein paar stunden spielt sagen müsste es ja immer genug krebs zusammen bekommen um der kisten zu holen und dann kriegst du mal herstellungsteile und die herstellungsteile kannst du den dingens reinballern in fähigkeiten die du haben willst dann reicht das doch natürlich ganz wild jede einzelne fähigkeit kaufst du jetzt zum beispiel nicht brauchst du also das ist natürlich nicht so toll aber man hat jetzt nicht so schlimm dass man das jetzt unbedingt ändern musste wir sind relativ jetzt eigentlich wäre jetzt nicht so innovativ ist oder irgendwie sowas gute ist jetzt wenigstens wenn ich eine klasse spiele das ist dann auch lohnt irgendwie wo jetzt mehr so verkehrt sage ich jetzt mal ich habe jetzt mit jedem charakter ja mehr kampfbote hier ausgerüstet das wird dann er wird jetzt hier für jeden charakter ich weiß nicht ob ich die animation immer durchlaufen muss oder ob ich da einfach nur tippen kann und erzählt aber noch mal fünfmal haben wir in dem ich meine hälfte davon erledigt ja erster was ich hochleveln werde ist dann wahrscheinlich kampf sagt du ist ist hier dieser kampf bonus boni weil damit kannst du glaube ich nicht irgendwie falsch liegen das richter am anfang am ende wenn ich irgendwie hoffentlich erfahrener spiele gegensatz wie hier zum beispiel dann werde ich glaube ich nicht diesen kampfbonus brauchen und punkte zu kriegen weil habe ich bessere karten und wie gesagt hoffentlich mehr erfahrung kriegt dann schneller irgendwie punkte also jetzt ich wollte schon wieder unterspringen ja irgendwie nicht wir sind ja ich mal selbst jede sind nicht so mutig wie wir ja 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 nur auf ihren sitzen zu sitzen zu warten bis ich probleme selber lösen ja muss man auch erst mal können ist einer werden wir trocken ja ja ich mal die hälfte seiner ap verloren gibt es doch einfach nicht das kann eine hochlaufen der gut sein ding eingeballert ich habe ihn geschockt glaube ich ja ich habe mich mal so hierfür kostet visierungsoptionen geben wird das denn am leben ich will den habe ich erlebe ich kampf röcher hinter uns hinter uns ich sehe nichts auch mal ehrlich na kampf ja die karakterien muss ich jetzt auch so hoch nach links auf auf nach links und die hoch die das ist damit ich ja war durchgenommen ballern aber einer war meine dicken dingen und ein paar mehr kids kriegen ein kurzer vorzugewinnen dadurch kommt jetzt einer oh mein gott da waren drei kills merkt gerade und wir brauchten drei kills sehr cool und für 34 and only hat schon soja jetzt mal wenn ich ein level ab jetzt bekomme steigt der level und ich bekomme ein fähigkeitspunkt den ich für irgendwas ich habe sechs mal ein jetzt nicht für irgendwann ausgeben kann alles klar 18 minuten noch als offizier spielen kein ding jetzt kriegt nur credits leider statt irgendwie kisten schade als jemand jetzt dafür sind die ganzen waffen modifikationen und die meilenstein halte ich kann die hier freischalten konnte man hat schon vorher ich glaube nicht ja ich werde erstmal die kampfpunkte erhöhung hochballern meine mannschaft brauche ich doch nicht das schützt euch doch alter wie viel hätten dann aus weiter wie viel hätte geschützt aus das geschützt mal immer wenn ich kann auch jemand anderer konzentriert kommt jemand von ihnen und tut mich ablenken meilenstein erreicht sehr gut in meinem bewegung damit auch angezeigt mein gott als positive dann wird dort schon wieder meilenstein erreicht neue anfang passend ok der sieg ist unser schicksal also diese änderung ist eigentlich richtig gut für mich besonders was jetzt helden angeht auch gott hat die granate gerade entschärft damit weil die helden und die also alle sachen die jetzt noch nicht level 5 waren wurden jetzt mehr oder weniger verstärkt von mir weil ich schon drei sachen sofort ausrüstet kann da meine normalen soldaten hat sich jetzt eigentlich nichts geändert glaube ich wie kommt es denn kein einziges mal getroffen habe ich glaube ich mache da ein bisschen längere part weil ich habe irgendwie nicht gehört würde ich in jedem part irgendwie viel erreichen weil ich die schon so ein paar sachen erreichen aber da kann mehr sein wie ist das ding kaputt gegangen dass wir den geschützten also langsam wird hat man so meine ersten matches betrachtet so ein bisschen erfahrung habe ich jetzt schon und da mit dem ziehen und so manchmal bin ich immer noch richtig grottig aber da ich habe mir mit einer granate erledigt das wort schon mal gesehen dann gewinnen aber weil ich meine granate fertig gehabt hätte nämlich drucken ich kann mich nicht drucken wenn ich gewinne da jetzt kann ich hier ihn spielen weiß nicht genau ob ich da will aber mehr ap und so das will wohl überlegt sein ja sobald ich da raus geht sind natürlich fünf leute ja ist blöde ich muss nah genug an die gegner dran sein und mit nichts das ist auch nicht so blöd und läuft die reine war wie zum teufel ja ok rakenspringen aber trotzdem also ein offenes felser kicke mit dem charakter also da mache ich solche sachen sagt irgendwie ich bin irgendwie voll besser geworden passiert sowas aber ich muss ja nicht mehr gefecht spielen ja ich muss ja gar nicht mehr jetzt wieder ging es spielen ja und schon sagen ich glaube ein bisschen so weil ich die maus empfindlichkeit unter gestellt habe vor ein paar parts das ding habe ich irgendwie allgemein sagt würde ich ein bisschen besser treffe alter mal verdient wollte entschärfen ich bin ja ja mal weil die seite doch war war das selbst und wir wollen noch den einen meilenstein mit den zehn minuten als offizier mit offizieren wir versuchen noch mit offizier hier hochzuleveln 14 10 alter da war jetzt eine zeitlang nicht drauf geguckt habe ja ich finde eigentlich macht auch fortschritt halbwegs update oder nicht die waffen modifikation freigestellt haben welche wahrscheinlich die ist die schon habe kann man wieder also nicht spezialist versuchen den spielern aber irgendwie in galaktischen angriff oder so auf gefecht habe ich sorgt für das wird nix bringen und dann kommen ja noch die raum schlachten ja auch der kampf sagt noch da irgendwie ist ja jetzt komisch was jetzt credits und ich nehme an das ist natürlich alles geplant für das nächste update aber im moment sind ja eigentlich platzverbrauch ich weiß noch nicht genau was man hat die damit machen sollen wie gemeint hier soll ich sparen ja irgendwie kannst du das nicht anfangen jetzt klar ich sparen ich nix mit den dinger machen kann dann kann ich ja hier ausgeben alter das war ein sehr komischer spruch kämpfen für das leben das macht doch gar keinen sinn machen wir da im chat 6 blöde 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 und hat gefiltert irgendwie und schon wieder offizierte so eine hilfe fähigkeit natürlich wieder einer von der seite kommen wenn spaß verderben sie gar nicht den check aber ich habe eigentlich obstinitäten abgeschaltet obwohl er sein hatte ich jetzt mit elders forts wechsel da gibt es auch irgendwie so eine option man sieht nicht ob das bei dem spiel war oder er das wort sich ja auch am zocken wir mit dem weg ist konnte ja mal reinschauen ich wünscht entweder stirben die feuer bevor ich das einsatz oder ich bin außer reichweite so kann das nicht weitergehen er vielleicht mal eine idee bei meinen kollegen immer hier zu bleiben die gehen wir mehr punkte ja noch da man da waren viele so haben wir den auf die abschleichen ab gut kann ich mehr kampfpunkte kriegen ich glaube man braucht immer nur einen punkt ein fähigkeitspunkt in sachen freizuschalten werde ich ja sehen dann sagen wir mal doch an einer da wird nie ein guter slogan auf den zu sagen ich habe gegeben ob da hat gesehen ich habe verdammt wollte ich muss irgendwie kels bekommen indem ich leute schocke und jemand anders tötet die irgendwie nicht hin oder ich muss die töten während die schockt sind weil irgendwie voll unmöglich und zwei von den ehrlichen muss die maximal gesundheit von dem dingen erhöhen wenn ich mir länger überlebe für allgemeine gute fähigkeiten und strategie ist nicht vorher natürlich wieder frei kann wo ich irgendetwas machen kann meine sind auch welche aber gewählte ich sei als gold bin ich sehe nicht aber bei solchen punkte ausrollen blöden okay und für das leben vergesst hat nicht da war einer wir haben sich getroffen geht das ding nicht durch wände oder hat aber auch und mit der granate in die fresse meiner ich war angewöhnlich wie so rein zu stürmen ob jetzt hier dürfen aufstieg also noch offizier hier rein zu retten so kamikaze mäßig warum sieht der typ so bei das aus neben mir ja ich habe mir nur so gedacht wenn er jetzt nicht auf nahe kampf geht das heißt in ordnung dann geht er natürlich nach ich weiß nicht diese geschütze die irgendwie 10.000 schüsse aushalten der holt meiner eine buchige aus dem weg ich kann darüber ballern passiert wir waren also manchmal ist das schubbacke alle wuchs sind schubbacke oder mann ich geh jetzt noch ein ja ja bisher aber noch als wir den starken abbasis getötet haben und milliarden von leuten erlegt haben und wir trotzdem wenn man auch weniger leute als die haben das war auch so fähigkeit punkt da mal herr zu meinem mehr kampfpunkt so ein baller wieder in der kampfpunkte bedeuten mehr kampfpunkte bedeuten mehr kampfpunkte taugen könnte jetzt belohungen da habe ich jetzt hier irgendwas freigeschaltet so jetzt kann ich das ja ab jetzt kriege ich mehr punkte aber habe ich noch irgendetwas anders was kann ich hier reichweite ok aber wenn ich mir kampfpunkte bekomme da habe ich mal kampfpunkte natürlich hochleveln steht da versteht das letzte sieger froh sehr freilandet jetzt muss die ganzen dinger ja ein klick damit weggehen mal auskriegen was ging das hier brauche ich noch mal 13 20 prozent jahr so hat oder eher 20 prozent kann man sehr schnell überpowert werden habe ich so gefühle gut ich habe glaube ich keine zeit die ganzen sachen mehr aber ich mal sehen was wir in der nächsten folge machen wahrscheinlich wieder ein multiplayer galaktischer angriff und ja gut wie sagen dankeschön fürs zuschauen wenn ja dann bitte hinterlasst du ein like ein aber ein kommentar das wäre voll geil von euch und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder schüttel